Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs in Freisen. Dort erwandern wir den Themenweg Aradweg. Diese kleine Tour hat etwa 6,8 Kilometer. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Eigengemäue, endliches Winter im Saarland. Ich hatte ganz vergessen, wie anstrengend es ist, im Schnee zu laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns richtig gut gefallen. Es war eine richtig schöne Winterwanderung. Daumen hoch dafür. Wenn ihr wissen wollt, warum dieser Weg Aradweg heißt, dann schaut bei uns einfach auf dem Wanderblog vorbei. Ich werde es unten verlinken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann! Ciao, ciao! Alle machen's gut! Ciao und bis nächste Woche! Musik 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 Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Freisen unterwegs und laufen dort den Themenweg Aradweg. Diese Wanderung hat etwa 6,8 Kilometer. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Freisen unterwegs und dort gehen wir den Themenweg. Diese Tour hat etwa 6,8 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese schöne... Du hast gerade gehört, laufen wir den Themenweg, aber nicht weltweit. Hast du jetzt gesagt weiter? Ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020